Mein Name ist Mernes Pipic und ich habe die Rückennummer 10. Ich spiele im Mittelfeld eigentlich alles 6, 8 und 10. Alle nennen mich Pepo. Damals in Parabon kam jemand auf die Idee und der hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich den behalten. Mein Lieblingsspieler ist Messi, aber ich würde schon sagen, dass mein Vorbild Motric ist. Ich war ja schon mal hier, aber ich kenne ja auch den Trainer und deswegen bin ich auch wieder hier. Dadurch, dass ich schon mal hier war, so einiges. Sehr gut, wir haben wirklich eine coole Mannschaft, coole Jungs dabei und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. auf jeden Fall auf die Derbys, also gegen Dynamo Dresden. Drei Mal, glaube ich. Richtig. Okay, das ist einfach Hamid, das ist Heimat. Bergmar. Bergmann. Bergmann, ja. Bergmar. Erzgebirge. Erzgebirge. Ruhische, gib mir mal einen Tipp. Boah, wo ist er? Hat was mit der Herkunft zu tun? Einheimischer? Das Gegenteil? Ah, nicht von hier. Richtig. Okay, perfekt.